Grüß euch Leute und willkommen zurück zu Frostpunk. Wir spielen gerade das Szenario The Last Autumn und wir steigen direkt wieder ein und schauen, dass wir wieder so viel Progress machen wie in der letzten Episode. In der letzten Episode ist es so viel weitergegangen, dass mich voll motiviert. Was ich gerade gemerkt habe, ist aber, wir haben keine Leute, die das Spiel abbauen. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, was machen wir da? Ah, wir konnten es aus dem Kochhaus erziehen, denn wir haben kein Food. Das ist ein Engineer's Gin. Wir brauchen Steel ziemlich dringend sogar. Naja, ähm, due to high motivation, efficiency rises by 30%. Ich sehe es links oben, da wo mein Webcam drüber ist. Das ist das Problem. High motivation, Sir. People are so highly motivated, that many of them perform their jobs with enthusiasm. The efficiency in all workplaces has risen as a result. Well done. Perfekt. Also wir brauchen nur 10. Dann können wir... ...Fortune Cards machen, oder... ...Reloading Station, ganz wichtig. Nur für wichtiger. Passt. Wir haben 3 Steam Cards hier gehabt, das ist wunderbar. Passt, wir können erforschen. Reloading Station, let's go. Nix mehr im Range, das ist perfekt. Aber wenn da nix mehr im Range ist, können wir da... ...fürübergehen, 10, 1 Bahn. Resources. Sawmill. Ähm. Ja, müssen wir es da herstellen, damit wir die Bahn weiter wegbringen. Gut. Passt, jetzt können wir nämlich wegen der Stealeine. Das baut auch ganz gemütlich. Achso, kurz gelegt, jetzt haben wir 20 mehr Personen. So fort. Momentarily. Faster reloading. Jetzt können wir schauen, oder? Food. Fishinghabe. Ah, können wir nebenbei bauen, das ist wunderbar. Das passt. Oh, aber was ich noch wühle, ist ganz viel wichtiger. Ah, das ist der Reloading Station. Safety concerns, Sir. A few of our people fell ill from breathing strange fumes, wafting from the shaft. It could have been worse, one of them passed out and fell from the scaffold. We can't ignore health hazards any longer. From now on, the safety level of every workplace at the construction site will be monitored. If it's low, people working there will get sick. If it's very low, they might die. Oh, cool. Wir haben jetzt labor, äh, labor loss. Okay, ähm, short shift dispensary. Ähm, extended shift. Two shifts. Also, zwei verschiedene. Hm. Safety procedures, das ist ein wichtiger. Passt. Das machen wir direkt, Alter. Okay. Wir haben neue Personen. Und nur ein Ding frei. Lol. Wegen. I have extra an Bloodstor anywhere. And it's too little, too soon, uh, too late. Sedge. Short shift safe. Er, safety procedures werden wir einehauen. Okay, da können wir die Dünge reinhauen. Da müssen wir dir fräsen. Jawohl, der Nummer 5, da frä. Geht nur wegen. Gut, Laborforce, Safety Procedures. Enforcing Safety Protocols will compel people to work with less haste and with greater care. Motivation increases. Ähm, weil keiner kocht. Party Meals. Ja. 3, 3 oder 4 von 2. Ja, ja. Ähm. Anymore, die bringen eh immer was, oder? Deliver 80 raw food every one day. Das ist nice. Und die Reloading Station ist jetzt allgemein... ...sehr gut, gell? Wir haben natürlich doch gar keinen. Aber das ist ja uns egal. Äh, wir raschen Drafting Machines vielleicht. Weil wir uns grad haben, die Ressourcen. Japp, Drafting Machines. Upgrade. Äh, soweit es ist, gibt's keine Automatons. Aber die sind ja nicht broken. Ich hab's ja gesehen, im Last playthrough. Äh, so wie wir Automatons gehabt haben, war alles GG. Ich hab grad wieder Bomber zerstört, gell? Japp. Ich hab grad das... Mit dem einen Haus hab ich den kompletten Bomber da zerstört. Das müssen sie echt ändern. Das ist... Ah, die werden da nix mehr ändern. Auf jeden Fall. Ja, das ist hardcore. Morgen. Passt. Äh... Ja, das ist alles das wichtige Haus. Das müssen sie schon aufstehen. Labor. After our equipment maintenance. Accident risk will be reduced in all workplaces. After finishing their shift workers will spend some time cleaning and maintaining the equipment to keep it safe. Discontent will rise. Jawohl. Das haben nur 8 Lightplots ge- Ja. Scheibenkleister. Gut. Und somit haben wir für alle einen Platz. Food wird nicht hergestellt. Oder langsamer... Dass ich's verbrauchen kann. Oh, da haben wir nochmal zwei. Shaft Structure. Das ist das nächste, was ich machen will nach dem. Passt. Shaft Structure. Äh... Da ist er. Gut. Ah, Moment. Ehh... Gut. Äh... Wir erkunden nun wieder ein Medical Ding. Medical Post. Warum ist da... Warum ist da einfach Null? Achso. Ich verstehe. Haus of Disease. Award Medic reports an outbreak of the veneral disease at the house of pleasure. Oh... Syphilis. At least one of the employees got the clap. Oh. The clap. Ja. Neh. And it's spreading it. Okay. We must start mandatory medical examinations of the staff and send the infections home. Or at least isolate them. Ja. Ähm... Das kommt davon, ne? Also... Das können wir zu machen. Ähm... Da können wir jetzt allgemein alles voll. Mehr Food. Nur ein Food-Haber. Fishing. Da drüben. Die brauchen nix online. Schaut aus. Die sind fertig. Was ist das? Safety-Protokoll. Ähh... Medical Post. Werden keine Engineers finden Spaß. Okay. Nu an. Was a dispensary. Nix experiment medicines to treat the gravely ill. Can I have side effects? Double demand power. Extended shifters. Hm. Homeowner was am on the thing. Am on an... Administration. Excerations for DL. Fast. Ja. Wir müssen schön langsam aufhören, dass wir aufhören können, dass wir Ding, äh... bauen. Depots. Die können wir natürlich innen bauen. Das ist wunderbar. Warum brauchen wir die Straßen? Gut. Scheint ja alles zu funktionieren. Oh, wir sind 100%. Also das Pleasure-Haus muss richtig abgehen. Okay, wir haben auf jeden Fall Kohle, weil da haben wir so viel... Wood und Steel definitiv. Gathering Post können wir auflösen. Oh ja. Wir nehmen uns zwei Kohls, weil ich bin mir sicher, wir brauchen die ja demnächst. Und nehmen wieder... ...unter fünf, gell? Ja, wunderbar. Hm-hm. Research. Optimized Materials. Foundry. Brauchen wir alles nicht. Wir wollen... More foragers. Normalerweise hätte ich dort zwar nicht immer noch, aber nachdem wir das nicht drinnen bauen können, dann ist es nur ein bisschen... A bad omen. This morning the camp was strangely quiet. Ah, people pass the bad news in hushed voices and all is perched atop the scaffolding. Despite it being a bird daylight, they were superstitious, even in the best of times. But here, in this remote, harsh place, they see it as a worst omen. Okay. Rockers refused to even look at the bloody bird. Never mind, they shoot away. Was soll ich da gegen die Tür? So hier geht... Steine draufwerfen, was ist das ja blöd. A taste of home. Sir. Although many people back home are facing starvation, a well-off relative of one of our engineers sent him a large parcel full of treats. Should we hold it under food? It may stir trouble or, God forbid, fuel and parallel economy. Gib sie am einer. Ihr von mir aus was. Ich bin ein gnädiger Mensch. Hunting grounds depleted. Oh no. Oh no. Na dann bin ich froh, dass wir die Ding da gebaut haben. Ja, das höchst. Guck auf Lanz, das können wir nur eine haben. Kokain-Piebel, oder? Äh, wir machen einfach... Reparation of bodies. Der Morgue da sind wir ganz in der Nähe von den Docks. Damit wir nicht erinnert werden. Okay. Your motivation is so it's at an all-time high, no? Set up shaft structure. We, 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 we... Oh. Huh? Bauen wir doch noch mit zwei. More forages. Sehr gut. Feiner mesh. Okay. Ähm... Optimized materials, maybe. A ventilation plant, okay. Ähm, a vision gathering brauchen wir nicht mehr, weil wir haben nichts mehr... Wir haben keine Piles mehr, ne? Das heißt... Wir machen auf jeden Fall steam sawnmills. Weil das ist doppelt so viel, ähm... Ähm... Der Fisch schämpft in der Waterfall. Not many, but enough for a meal for the team. Perhaps we'll find more upstream. The Rapids. Jetzt... Jetzt finden wir ein paar Bären. Jawohl, wir haben wieder mehr Personen. Mehr Personal. Also, ganz ehrlich, ganz... Zwei... Drei... Vier... Und da bauen wir ein Bathhaus auch noch mehr hier, weil ich glaube... Das ist fünft. Und... Ja, das eine Eisel da ist halt... Eine Chance. Ja, schau den Eisel stören wir einfach an den Medikluch-Posti. Eine Chance. Eine Chance. Das ist aber eine Ausflanzung. Eine Chance. Company funerals. Pass. Steam-Standville researched. Done. Ja, von mir aus. Da haben wir Optimized Materials reinhauen. Und dann das alles einmal zerstören. Bis es so furcht ist, oder sonst sind es nämlich gleich billiger. Und wenn es billiger ist, habe ich weniger Probleme. Medical House. Perfekt. Aber ich habe mir zwei Dinge mitgenommen. Genau. Waiting. Hier! Close to the source. The stream is narrow and wild. We follow it. Walking along the edge of the gorge. Mountain and lake. A lake ist immer ein gutes Zeichen. Oder wir haben 10 Grad. Ja, ich baue... Ich muss die Chefstructure schon langsam einmal reinhauen, weil ich habe nur mehr, ähm... 11 Stunden. Naja. Dann... dann beraten wir die einfach durchschne. Sons up! Get to work, people! Und 50% faster. Geht ihr das jetzt raus? Zack! Wie lange braucht ihr für das? Scheft Structure? Oh! 50! Ah, weil das 6 Structural Profiles kostet. Ja, ja. Wieso ist das? Brauchen wir mehr Wood? Haben wir jetzt überhaupt noch Wood? Haben wir überhaupt noch irgendwie eine Chance, dass wir Wood kriegen jetzt? Das wäre nämlich ungut, wenn das nicht geht. Ähm... Ich glaube, das geht schneller. 18. 10. 19. 20. 22. 23. 23. 27. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 25. Auf Wiedersehen. Setup camp. Let's go. Harbingers of doom. Oh no. Okay. People across the whole camp leap to their feet awakened by the sound of the angry screeches. Tons of huge birds are circling over the construction site. The owls are back. Moan terrified workers. It's a sign the heavens warn us. We shouldn't be here. We are doomed. And what was the other option? To think? After a while the birds disappear above the bay and leaving our people severely shaken. The vision will fall. A fucking owl. Okay. We could have a short shift. A few days behind schedule. We have work to do. Okay, passt die Dorschen jetzt. Die bauen weiter. Die können wir da erforschen. Und zwar. Furcht die Katze. Suspicious mind, sir, we noticed that one of our engineers is sending very long letters to Aunt Bertha almost every day. There he got family and religious matters and seem innocuous, but the German-sounding name of his aunt raised our suspicions. We saw. We found out that by rearranging certain letters we can form sentences such as Scheffschilder and Iron Coupler. We also found Fluorino and Cackle-Gran, but this might be code. We should, what should, what should we do? Stop being paranoid. Yeah, wirklich, was für passieren? Wir sind 145 Mausstark, was für passieren? Stop being paranoid. Was ist eben noch hacken? Wir sind voll mit Iron. Achso, weil das nicht verbunden ist. Get dahin, wir nähern uns. Oh, und das war der letzte Tag eigentlich gut. Wir machen den morgigen Tag noch und hoffen, dass ich... ...wegen einen Durchblick kriege. Können wir noch irgendwas administrieren? Wir haben extrem viel Loss. Kleine Ahnung. Workstandardization. People working on short shifts are well rested. If you plan their work carefully, we can use their full potential. Workplaces will be 10% more efficient. Aber was, die Arbeit in Kirze? Okay. Huh. Deso-dedusing short shifts will cause a little discontent. Ja, machen wir Standardization. Wie viel Leid können wir uns bestöhnen? Genug. 40 Menschen. Oder Shipment of Humans. Ja, wir haben uns 40 Menschen. Wir brauchen einfach mehr Workforce. Und dann kann sich der Didi in der nächsten Folge darum kümmern. Wir brauchen da irgendwo ein Bath-Haus. Vorzugsweise... ...die Range von dem ist halt so... ...meh. Nach 5 reicht nicht. Wir brauchen mehr Tents, mehr Tents, mehr Tents. ...und die 40 Leute, die immer bestöhnen. Die gehen dann alle da rein. Und wir machen da short shifts, ne? 8 bis 16, weil... ...pfff... ...gut. Ähm... Also ist es wichtig. Also ist es wichtig. Ich kann es zu chucken. So ist es wichtig. Ich brauche, es ist wichtig. Also ist es wichtig. ... und ich entscheide. Also ist es für einen Ventilation Plant. Okay. Gut. Aber da können wir nämlich innen bauen. Ich habe gar keinen Platz für Steele. Gather... Uh. Nicht gathering. P 750 Resource Depot. Von Studios Depot. Gut, gesetzt, was haben wir da noch? Ja, das passt jetzt. Ähm, wir bauen noch ein paar Heißeln. Wir müssen da unbedingt was, was wir ganz dringend brauchen, ist ein Steam Samuel. Und ein Range Upgrade. Also, nächste Episode werden wir garantiert auf Tier 3 gehen und schauen, dass wir, äh, die Range upgraden können. Weil, das ist mir inzwischen schon zu wenig. So, wir wollen da Steel, Wood. Ähm, machen wir Food Rations. Und nochmal Steel. Transport has arrived. Und wir haben alles fertig. Wunderbar. Wir haben 50 von 50. Wir hauen uns da... Steam Ding, Annie. Aborting Ventilation Plant. Okay, und das ist das Ende des Videos. Ich werde immer schneller. Ich mache immer mehr Sachen. Ähm, ich kann das einfach reinhauen, oder? Ja, wunderbar. Nächste Episode schauen wir, dass wir Tier 3 fertig machen. Ähm. Okay, ich wollte das noch nicht so machen. Tut mir leid. Und wir haben keinen Ranger... Doch, wir haben einen Range Upgrade. Und das ist sowieso bei 3. Das ist wunderbar. Es tut mir so leid, dass ihr ihn durchschreibt. Auf jeden Fall, ich nehme gerade extrem schnell auf. Weil das ist ein extrem fast-paced Game. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wir arbeiten 10 Stunden. 10 mal 1,3. Das reicht uns. Gut. Danke fürs Zuschauen. Lasst uns doch gerne ein Like. Dann seht ihr euch. Dann habt ihr uns ja nächstes wieder einschalten. Wenn ihr jetzt zum WD-Writy-Channel. Jeden Tag um 6 Uhr ein Video. Lasst uns doch gerne einen Kommentar da. Ich lese mir alle durch. Ihr kriegt gerne eine Antwort von mir. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Für euch.